Moin Moin. Jetzt bin ich dran. So, was haben wir denn? Funden jemanden, der die Plakate unterschreibt. Warum unterschreibt die nicht? Hallo ey, warum unterschreibst du nicht? Läuft. Jetzt hab ich nichts gemacht. Die Drohnen hat die hier. Oh, Hi Drohnen. Du musst nach draußen in der richtigen Runde laufen. Kann ich die Karte größer machen? Ja. Menü kann nicht geöffnet werden. Da. Da musst du. Ich glaube nicht am besten so, ne? Ja, einmal da oben hoch. Ich auch schon gelaufen. So, okay. Kriege ich die Fallschirm? Nein. Nur so aufpassen bist du da nicht. Wenn du nicht in die Lava fällst oder irgendwo. Natürlich haben die mit den BDs da drauf. Ach. Das ist mal anweilig. Das größte Problem ist halt, dass mich das Ding hier nähert. Was war das hier, ne? Knüppel, 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 knüppel. Ja. So eine Sauerstoffblauze. Krass, das ist mal richtig. Ja. 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 Ja, ordentlich ist er noch oben. Gibt es doch sowas wie Nahkampf. So eine Kampfspitze, mit einem Oskop, wird das Ding auch gut schaden und die Geißen unglaublich jetzt sind die Viecher. Da meine ich nicht, ich meine jetzt so, dass man schlagen kann oder so, das ist irgendwie blöd. Wow, wow, hallo, guten Tag, ja, ist in Ordnung. Was machen wir? Was machen wir? Was machen wir? Da würden wir das schon nicht, ne. Ja. die das die 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 und zufrieden und Einlösen. Was willst du denn? Ja, Schildlade, Verzilberung, kannst du dir Fertigkeiten mit. Ja, was willst du denn von? Ja. Für die Waffengenauigkeiten nehmen. Ja, würde ich raus. Gut. Was ist los? Ne, komm mal. Ja. und das ist ein Jahr ist und von ein bisschen die kleinen sind die nervigsten Geht mal weg! Geht mal weg, Mann! Jetzt reicht das aber, was ist das denn? Oh ne, das war hier so ne Kuppel. Sauerstoff, oder was? Ja, achten wir zu färfen. Cool. Reisen. Finde jemand, der die Plakate unterschreibt. Hi! Geronimo! Das ist ja in Ordnung. Kann man nicht nutzen? Kannst du nicht. Sind noch ein Checkpreis. Das sagt ihm die Karte. Nach da muss ich. Okay. Das sagt ihm hier. Den T-Shield. Was gehts? 155. Ich glaube das ist besser hier. Was ist das denn? Oh, wie süß! Völlig flugbar. Hallo, Schnauze! Geh weg! Mit G kannst du Granaten werfen, ne? Oh, oh gut. Hui! This guy is on fire! Pfff. Die Karte ist echt heftig. This pisser is on fire! Und dann ist die Karte aufgegeben! Dann hat's noch nicht alles gehe. Dann wird die Granate um nicht danach zu bleiben. Gepackt! Läuft. Was denn das? Was ist das denn hier? Weiß. ja ja ich versuche gerade mal so ein bisschen hier rumzudrücken das hat explodiert das hat mir einen kleinen schub gegeben münchen hallo lassen mich mann nur vorher polizei und wo muss ich denn hin mann ja irgendwie nicht was mich hier hoch die Möbel die Milch die Möbel sind zu müssen kommen und ihr geht mir auch mehr auf Jungs das Spiel noch nie gespielt, das ist ja gut Boah, das war ja auch so ein von den Kindern mit einem Halbwegspieler Aber nicht viel Boah, Jungs, so hart auf die Nüsse, ne? Kommt durch ein Leben, ist schon cool Ich bin nämlich voller Minecrafter Minecraft-Spieler sind genauso behindert Und vor allen Dingen bis zu essen, die dann und das einfach Fett zusammengetrieben Ja, kommt der Irgendwann gibt mir gerade zierischer Hunde auf Vielleicht die Tatsache, dass die Waffe hier nicht trifft So So Dann sind wir noch einer So So Vielen Dank. Vielen Dank. Du bist ja auch auf dem Mond. Ha, ha. Witzig. Alter, wenn ich da oben bin, brauche ich gleich wieder Sauerstoff. Ich glaube, es hackt. Sorry, ich bin ziemlicher Anfänger, was dort hier angeht. Ich habe einen CSGO-Kneuer jeden Ort gehabt und hier verfehlt er einfach nur, weil er verfehlen kann. Das ist doch heiß. Was suchst du gerade wirklich? Jetzt ziehst du da mit... Hättest du nicht alles für die Alte... Hättest du nicht alles für die Alte umbringen, ne? Der hat irgendwas Gutes verloren, glaube ich, hm? Oh, auch ganz unten. Du musst deine Lüften... Sauerherstoff! Ich klebe die Plakate an. So, jetzt muss ich auch mal ganz kurz warten gucken. Minik an. Bitte, nein. One note. Gut, die nehme ich wieder. Die Schnipser. Du musst die Plakate an den Leistungsstellen anbringen. Das lebe ich doch im Arsch. Wie viele sind denn hier? Ja, hinter dir steht außerdem auch noch einer. Ach ja. Das habe ich schon gesehen, aber der habe ich ja nie getroffen. Bist du? Der ist unfähig. Ungläubig. Das hat Kippen. Jetzt hat er. Hat er doch mal getroffen? Du bist wieder würdig. Willkommen zurück in den Verordnungen. Oh, was ist denn das hier für ein Scheiße, ey? Der wird doch mal ordentlich gefassen. So weit hier. Ich bin zu. Tschüss, tschüss. Sauerstoff. два, drei, vier, 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 vier G houses mehr. Neues Gummi, den wir immer noch reminds hier was hat der dringend geklebt werden gucken da oben wo wieder springen ja das ist gerade eben nicht gesehen da oben dann mach mal die gucken kalt auch da ja das ist was hat man wir haben meine Finger nicht so kalt die haben ein bisschen aufs AIM ja du kannst das dein Finger nicht kaltend ja ich bin nicht mehr ich fisse hallo hallo wie sieht die scheiße aus wie sieht die scheiße aus hallo 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 ивет Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hallo CO2, da gibt es noch was schönes, da gibt es noch eine Kiste, meins, 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 ok. Reicht, wenn du durchstigst, passt nicht da bei dem Boden zu drühen. Finde ich jetzt überhaupt richtig? Oder hätte ich jetzt wirklich weitergegeben müssen? Ne. Gut. Dann würde ich wieder probieren, die Älteste sind. Willkommen. 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 Willkommen.